Nach einer Woche Arbeit oder vielleicht auch anderthalb Wochen Arbeit kann ich euch endlich hiermit verkünden, es gibt jetzt zwei große oder ein großes, ein ganz großes und ein mittelgroßes, wie auch immer, Update für die Webseite ipv64.net. Ich habe euch die letzten paar Wochen immer mal wieder von meinem Projekt erzählt, was ja auch mittlerweile live und produktiv ist und ich glaube mittlerweile, wir können es ja hier sehen, von irgendwie knapp 3.800 oder so 3.800 Leuten aktiv benutzt wird und darum geht es im Endeffekt jetzt auch im ersten Step, das kleine Update für euch, denn es war die Anfrage immer da, wir brauchen mal ein paar mehr Informationen, wir wollen mal ein bisschen mehr sehen und dafür habe ich, was ihr hier schon seht, so ein schönes Grafana-Dashboard für euch installiert und ihr könnt das natürlich auch erreichen, einfach unter statistics.ipv64.net oder wenn ihr auf der Webseite seid, braucht ihr nur hier oben auf Statistiken klicken, da kommt ihr auch dahin und dann öffnet sich wirklich ein für euch öffentliches Public, wie auch immer, Grafana-Dashboard, wo ihr einfach mal die kompletten Statistiken über das Thema IPv64 und halt eben sogar die Load-Balancer und sogar eben über die Nameserver einsehen könnt, könnt halt eben, weil es Grafana ist, so selber noch eure Timelines anstellen oder einstellen und wenn ihr mal irgendwie explizit mal ein paar mehr Anfragen stellt, als bestes Beispiel kann man das da sehen, denn die Daten sind halt eben, ich glaube, mit einer Minute in etwa sind die live. Ihr seht, ich hatte heute Nacht einen kurzen Outage, das war aber, weil ich eine Firewall zugemacht habe und dadurch hatte ich an einer Stelle ein kurzes Datendelay, wie ihr hier oben seht, einfach nochmal so, Interesse halber ist ja auch immer gut zu sehen und zu sagen, was war da los. Naja, das sind auf jeden Fall jetzt eure Daten, die könnt ihr euch reinziehen, es gibt noch nicht für euch ersichtlich eigene Daten über euren Account, und die gibt es zwar schon in der Datenbank, die habe ich aber noch nicht für euch aufgewertet. Ich werde aber das auch so machen, dass ich euch diese Daten, die für euch vielleicht relevant sind zu diesem Thema hier, Grafana, dass ich die euch über die API so zur Verfügung stelle, dass ihr die bei euch selber in den Grafana reinhängen könnt und halt eben nicht die Webseite benutzen müsst. So, ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach mal die Katze aus dem Sack, was für ein großes Update gekommen ist. Der eine oder andere hat gerade eben schon einfach mal so ein bisschen die Augen aufgemacht und hat so ein bisschen das große Keyword gesehen, Health Check Service. Also, neben dem DynDNS Service gibt es jetzt auch einen Health Check Service. Ich will nicht unbedingt sagen Monitoring, obwohl das manchmal auch die richtige Begrifflichkeit wäre, aber in dem Falle geht es hier halt eben wirklich um einfach nur einen Health Check Service. Ich gehe gar nicht auf die Startpage ein, ich zeige euch einfach mal sofort, wie das Innenleben aussieht, wenn man sich eingeloggt hat. Also, worum geht es hier? Es ist im Endeffekt ein Push-Pull-Verfahren auf eurer Seite gefragt, um halt eben mir mitzuteilen, dass irgendein Service Up-and-Running ist. Lasst uns das Ganze einfach mal zusammen durchspielen. Ihr könnt halt erstmal natürlich frei, ihr könnt euch da anmelden, wenn ihr nicht schon angemeldet seid, einfach einloggen, könnt ihr das Ganze unter dem Health Check hier oben ganz normal aufrufen, könnt es erreichen und könnt es erstmal ganz normal frei nutzen, alles gar kein Problem. Wir fangen jetzt einfach mal an, dass wir hier einfach mal hinschreiben, YouTube. Ich sage einfach Health Check hinzufügen, Narben sind da komplett frei und ihr seht, jetzt hat er da einen ganz normalen Health Check hinzugefügt. Wenn ich jetzt auch da reingehe, sieht das erstmal noch ein bisschen lieblos aus, keine Farbe drin. Ich sehe, wie sieben Sekunden ist die letzte Aktion irgendwie her. Ich habe hier Namen und ich habe hier auch schon Benachrichtigungsmethoden. Da komme ich aber gleich zu, die ihr für euch selber nämlich einspielen könnt. Und dazu gibt es am Ende des Videos das große geile Update, was halt demnächst so in zwei, drei Wochen wahrscheinlich für euch dann auch live gehen wird. Aber weg von der Benachrichtigungsmethode, lasst uns hier bei den Einstellungen bleiben. Und da gibt es hier zwei wichtige Punkte. Momentan heißen die Zeitraum und Karenzzeit. Die Zeitraum definiert den Zeitraum, in dem ihr euch, zum Beispiel euer Mikrotik-Router, euer NAS-System, was auch immer, was ihr bei euch zu Hause stehen habt, muss sich sozusagen hier am Service einfach mal bei mir melden und sagen, Hallo, ich lebe noch. Hallo, ich lebe noch. Und ich meine, alle 20 Minuten. Bei manchen reicht es auch aus, einfach alle Stunde. Das reicht auch in den meisten Fällen locker aus. Aber du musst dich bei mir melden. Und das natürlich einfach mit einem HTTP-Request. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber ganz ehrlich, Grundjob, eine Zeile. Raspberry Pi, der einfach nur hier eine ganz normale URL pinkt. Es ist genauso einfach wie das Dün-DNS. Ja, man kann einfach hier, hat man einfach einen Token, einfach eine URL. Da gibt es auch noch weitere Optionen zu, komme ich jetzt gar nicht drauf. Da müsst ihr hier oben, wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es hier alles beschrieben unter Health und API. Ganz einfach beschrieben, findet ihr alles, kann man das Ganze auch über die ganzen URLs einstellen. Kommen wir zurück. Ihr triggert also ganz einfach diese URL. Ich mache das jetzt einfach mal, indem ich hier einfach auf diese URL draufklicke. Ich bekomme einfach nur ein OK mitgeteilt. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einfach mal aktualisiere, seht ihr auch, der Health Check ist instant auf grün gegangen. Ja, ich habe unten einen neuen Event Log generiert. Das heißt, ihr könnt doch immer mitverfolgen. Wann kam jemand und hatte hier gesagt, okay, ich lebe noch. Und wenn es halt eben ein Alert oder ein Warning gab, dann wird das halt eben auch da unten in den Events und Health Checks halt eben mit angegeben. Coole kleine Sache dabei ist, wenn ihr sowas reportet, ihr könnt zum Beispiel auch irgendwelche Informationen reporten. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, unter Health und API findet man alles, was man irgendwie braucht. Ihr könnt zum Beispiel sogar ein Payload mitsenden. Das heißt, wenn ihr an den HTTP-Request sendet, könnt ihr zum Beispiel auch einfach ein paar Informationen hinterlegen, die vielleicht für euch relevant sind. Die bekommt ihr natürlich auch über die API und über die Webseite raus. Ihr könnt zum Beispiel, keine Ahnung, was auch immer, ihren Informationen, irgendwie Log oder sowas mitsenden, könnt ihr alles machen. Die Daten werden hier ganz normal hinterlegt und dann seht ihr auch in dem Event, dass halt eben wirklich Informationen hinterlegt worden sind. Das Ganze muss natürlich passieren in dem Zeitraum und da kommen wir jetzt halt eben zu der sogenannten Karenzzeit. Und die Karenzzeit, ich glaube auf Deutsch ist das fast allen irgendwie ein Begriff, aber auch, ich habe festgestellt, nicht allen ist die Begrifflichkeit Karenzzeit halt eben ein Name. Eine Karenzzeit ist im Endeffekt jetzt wie hier eingestellt, dass 30 Minuten hast du Zeit, dich einfach irgendwie bei mir zu melden. Zum Beispiel, du richtest auch meinetwegen nur einen Cronjob ein nach 30 Minuten, ist das wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Ich würde dir raten, mach einen Cronjob noch 25. Oder stell hier ein, 35 Minuten oder 33 Minuten und dann meldest du dich einfach alle 30 Minuten bei mir, ist vielleicht auch deiner Seite einfach die saubere Variante. Hast einen Cronjob, hier haben wir alle 30 Minuten, also einfach Sternchen slash 30 Sache erledigt. Wenn das so machst, passiert gar nichts. Aber die Karenzzeit ist die Zeit, die ich noch zulasse, nach den 33 Minuten, nach den 33 Minuten wandert dieser Health Check hier. Das kann man natürlich auch hier bei den anderen Health Checks schön sehen. Ich gehe da einfach mal rein, da seht ihr auch Warning, Alarm, Warning, Alarm. Zeitlimit ist erreicht, Karenzzeit hat begonnen. Das heißt, das ganze Ding geht erstmal in den Warning. Das Ganze passiert erstmal noch gar nichts, außer dass halt eben hier der Warning erscheint. Da kann man auch hinterlegen, was für Informationen sollen vielleicht beim Warning noch gesendet werden. Aber dazu kommen wir gleich. Und wenn dann die Karenzzeit abgelaufen ist, dann gibt es halt eben den Trigger. Und da kommen wir jetzt zum ganz, ganz interessanten Part. Denn ihr wollt ja über diesen Outage einfach informiert werden. Jetzt müsst ihr aber euch einfach mal die Realität vorstellen. Denn ihr hängt doch nicht den ganzen Tag hier vor der Kiste. Ihr habt nicht wie so ein bescheuerter Dennis, habt ihr nicht so einen riesen Fernseher hinter euch stehen, wo den ganzen Tag irgendwelche Reportings oder sonst was laufen. Nein, ihr seid wahrscheinlich auch mal mit dem Hund draußen, ihr seid mal arbeiten oder sonst was. Und ihr wollt trotzdem darüber informiert werden, dass ein Web-Server down ist, ein Backup-Job nicht gelaufen ist oder euer Home-Lab irgendwie nicht erreichbar ist. Was hat man da normalerweise zur Hand? Ich würde immer sagen, dieses Gerät, das ist meine erste Wahl. Oder ihr habt halt eben irgendwas Self-Hostes wie Gottify oder Telegram auf dem Handy. Es gibt so viel. Oder halt eben die standard einfache E-Mail. Alles das könnt ihr nämlich jetzt selber hier rein verwursteln. Standardgemäß, habt ihr ja gerade schon gesehen, stand hier unter der Benachrichterungsmethode die Account-E-Mail-Adresse. Also ihr bekommt einfach auch eure Registrierungs-E-Mail-Adresse hier im System. IPv64 bekommt ihr eine E-Mail zugesendet. Alarm! Dein Health-Check hat sich nicht zeitig bei mir gemeldet. Du musst bitte irgendwie aktiv werden, beziehungsweise ich informiere dich ja schließlich nur über den dritten Weg, weil du bist ja vielleicht nicht mehr erreichbar. Einfach per E-Mail als Standard halt eben erstmal dein Health-Check ist gerade eben in den Alert gegangen. Aber die Frage ist halt eben, wie sieht es aus, wenn du halt eben keinen Bock auf die E-Mail hast, sondern du möchtest halt eben irgendwie ein bisschen schöner vielleicht informiert werden. Und dazu habe ich jetzt angefangen, die ersten Integrationen reinzuprügeln. Das ist halt eben ein bisschen Fleißarbeit. Das kommt jetzt alles nach und nach. Die Liste wird mit Sicherheit sehr, sehr lang werden. Das System steht dazu, deswegen ich muss die Dienste nur hinzufügen. Da kommt bestimmt noch Teams, da kommt Metamost, da kommt noch Matrix, da kommen noch eigene Webhooks. Das kommt alles. Jetzt gerade gibt es halt eben erstmal einfach einen ganz normalen Telegram-Bot, einen self-hosted Godify-Server. Habe ich auch mal irgendwann ein Video drüber gemacht. Es gibt halt eben den Discord-Bot und es gibt halt eben nochmal eine explizite E-Mail. Also ihr könnt einfach selber eine explizite E-Mail-Adresse angeben, monitoring-at-deine-domäne.de, wenn du diese E-Mail-Adresse vielleicht hast. Und dann kommt halt eben anstatt zu deiner Account-E-Mail-Adresse, kommt halt eben das Ganze an monitoring-at-deine.E-Mail-Adresse, wie auch immer. Testen kann man das Ganze auch. Keine Ahnung, hier ist jetzt hier ein Freiflug. Ich drücke einfach mal drauf. Ich drücke jetzt hier bei Telegram einfach mal auf Test. Ich mache mein Handy mal auf laut. Ich halte mein Handy einfach mal andersrum. Dann könnt ihr vielleicht was sehen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Test. So, Telegram. Oh, meine Uhr hat schon. Guck mal, meine Uhr ist schon angegangen. Und da Telegram, da ist die Nachricht auf meinem Handy. Da, ne, könnt ihr ja nicht sehen. Ist so dunkel und so klein, könnt ihr nicht sehen. Aber hier, Handy und Uhr leuchtet auch. Ich habe also direkt eine Meldung bekommen gehabt, ey, mein Health-Check wäre down. Das war natürlich jetzt gerade hier nur ein Test. Aber wenn der Health-Check halt eben down gehen würde, nach der Karenzzeit, ganz, ganz wichtig, werdet ihr halt eben informiert. Und jetzt kommen wir natürlich zum kleinen Clou der ganzen Sache. Diese Sachen, die ihr für euch natürlich hier einrichtet. Ihr könnt auch zwölf Discord-Server einrichten, wenn ihr unbedingt wollt. Ist überhaupt gar kein Problem. Leider kann man aktuell nur unter den Health-Check momentan eine Benachrichtigungsmethode hinterlegen. Das wird aber kommen, dass ich da einfach eine Multiple-Auswahl halt eben geben kann, dass man halt eben benachrichtigt wird über viele, viele Wege. So, jetzt wollt ihr natürlich irgendwie informiert werden. Da ist es. Ihr wählt einfach eure Integrationsmethode eurer Wahl aus. In dem Falle haben wir es ja gerade Telegram gehabt. Wählt einfach Telegram aus und habt sogar noch die Auswahl. Möchte ich benachrichtigt werden, wenn der Dienst offline ist? Und möchte ich vielleicht sogar zukünftig darüber informiert werden, wenn der Dienst sogar wieder up and running geht? Also ihr seid in den Alert geraten, habt eine Meldung bekommen. Euer Dienst ist wieder verfügbar. Keine Ahnung, es war was auch immer was. Könnt ihr halt eben auch hier das Häkchen anhaken mit up. Dann bekommt ihr genau dieselbe Meldung mit ein paar anderen Informationen natürlich, weil es ist ja nicht mehr down, sondern jetzt ab. Dann bekommt ihr eine ganz normale Meldung über euren Dienst, den ihr halt eben haben wollt. Eine Meldung, euer Dienst ist wieder erreichbar. Er hat sich beziehungsweise bei mir im System hier wieder gemeldet. Damit haben wir das Thema der Benachrichtigungsmethoden schon mal soweit abgeschlossen. Und jetzt kommt der ganz große Clou dabei. Was ergibt sich aus so einer Kombination nachher von ganz alleine? Und das ist natürlich ganz klar. Wir reden jetzt ja miteinander. Wir reden vielleicht sogar, vielleicht nutzt du ja da sogar schon den DynDNS Service. Vielleicht nutzt du jetzt demnächst auch irgendwie den Health Check Service. Ganz wichtig. Ein Monitoring wie ein CheckMK oder ein Nagios, was auch immer, kann ich nicht ablösen. Darum geht es auch gar nicht. Das ist ein ganz anderer Anwendungszweck hier. Vielleicht monitore ich nur deine Webserver beispielsweise. Wie auch immer, das gibt halt eben die verschiedenen Anwendungszwecke, aber ein Local On Prem, du willst dein NAS System hier irgendwie überwachen, kann ich halt eben nicht. Ich kann halt eben nur Health Checks machen. Ich empfange kein SNMP oder sonst was. Aber was ich kann, ich kann natürlich nachher ein sogenanntes Rule Handling machen. Ich schalte mal ganz kurz auf die entsprechende Seite. Da steht nämlich alles schon auf der Startseite drauf. Und da kommen wir zu dem sogenannten auf Deutsch, Englisch habe ich gerade gesagt, Rule Handling, Regel Handling. Und da wird es erst richtig, richtig interessant werden, weil meldest du dich beispielsweise mal nicht mehr bei mir. Es kommt dein Dienst einfach mal nicht regelmäßig und sagt bei mir, hallo, ich lebe noch. Und du hast sogar eine Karenzzeit meinetwegen von einer halben Stunde oder Stunde eingestellt. Und du tauchst halt eben in den Alarm ein. Dann wird es zukünftig für dich die Möglichkeit geben, ein Rule Handling zu aktivieren. Also, bestes Beispiel, ich mache hier DNS für dich. Du kannst zum Beispiel einfach ein DNS Failover machen. Du hast dich nicht mehr erreicht, du sagst also, der Alarm ist ausgelöst, alles klar. In der dün-DNS-Domain oder in der eigenen Domain gibt es halt eben ein DNS Failover, irgendein A-Rekord wird umgedreht, irgendein CNAME-Rekord wird halt eben gesetzt, was auch immer. Aber auch solche einfachen Beispiele wie der Health Check wird ausgelöst und du triggerst einfach irgendeine URL auf deiner Seite oder auf irgendeinem Server von dir. Da gibt es so viele Sachen, die man halt eben machen könnte. Und das sind halt eben die einzelnen Einsatzszenarios. Und da werde ich einen Rule Handling für euch hinkriegen, dass ihr halt eben selbstständig einfach Regeln hinterlegen könnt, wo man sagen kann, alles klar, das und das passiert und das und das passiert. Da bin ich natürlich auch auf euch angewiesen, was ihr für Trigger-Alarme gerne haben wollt, wenn denn irgendetwas ausfällt. Und sprechen könnt ihr mit mir ja sowieso jederzeit über die volle API. Und auch die ist heute freigeschaltet worden, komplett für die Health Checks. Das heißt, auch da wiederum alle Health Checks, alle Kommandos und so weiter, was man da machen kann, ist vollständig über die API erreichbar. Das heißt, ihr müsst nicht auf der Webseite rumtingeln. Ihr könnt das Ganze auch ganz normal komplett verautomatisieren. Zu guter Letzt zeige ich euch einfach mal vielleicht gerade eben die kleine Bastel-Idee, die natürlich dahinter hängt. Health Checks, ich habe ja gesagt Telegram, Matrix-Server, Metamost, WhatsApp, alles ganz cool. Doch was, ganz ehrlich, funktioniert eigentlich bei allen und wird auch bei allen eigentlich funktionieren und ich glaube, alle haben mittlerweile irgendwie so ein Smartphone-Gerät. Ich dachte mir, ich biete dann auf jeden Fall auch die Funktion des SMS-Versenden an und dafür habe ich mir jetzt einfach mal heute, ich glaube, das war heute, die Neteltonica-Kiste bestellt, worum man nämlich wirklich einfach, und da sage ich auch nochmal Danke an die Community, die mir gesagt hat, hör mal, die Teile können das super, super easy, habe ich mir einfach hier so ein schönes Gateway, ist so ein LTE 4G-Tralala-Gateway mit OpenWRT, glaube ich, unten drunter. Die Dinger können auch so ziemlich alles und passt ja auf den Kanal, gucken wir uns an und zukünftig wird es dann, also ich sage mal in zwei, drei Wochen oder so, wird es dann halt eben so sein, dass wir über diese Kiste, die hier ganz normal bei mir zu Hause steht, ich weiß, man könnte auch SMS-Dienste machen, aber das ist doch viel geiler, oder? Könnte man halt eben hingehen oder kann man hingehen, beziehungsweise wird kommen, dass eure Health Checks, wenn die in den Alarm laufen, könnt ihr halt eben ganz normal eine SMS empfangen, beziehungsweise ich sende von hier aus ganz normal die SMS aus und ihr empfangt auf eurem Handy per SMS, was jeder kann, einfach die Mitteilung, ey, hör mal, dein Health Check ist irgendwie offline. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen aus dem, wie sagt man, in Bayern sagt man da so viel aus dem Biergarten, der Geschichte nach wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze so ein bisschen ausprobiert, gebt mir ruhig Feedback, das Ganze läuft jetzt erstmal so in den nächsten zwei Wochen als Beta-Phase so ein bisschen, aber ansonsten, alle großen Fehler sind rausgemerzt, meine Community hat schon dran gearbeitet. Es kommt demnächst eine Handy-App für das Thema, die ist auch schon soweit fertig, oder die wird gerade immer mal wieder von Apple freigegeben, ich weiß nicht, wie das Ganze läuft, keine Ahnung, ich bin kein Entwickler hinsichtlich der Apps, aber da kommt eine ganz normale Handy-App und dann werdet ihr auch über die Handy-App direkt informiert und nicht über irgendwelche dritten Umwege, wenn man halt eben will, kann diese Handy-App dabei ganz normal mitbenutzen. So viel dazu, also testet wieder, fangt gerne wieder an, jeder kann machen, wie er möchte, es ist wieder viel, viel Arbeit reingeflossen, ich würde mich freuen, wenn ich einfach ein bisschen Feedback bekomme oder ansonsten, ganz wichtig, hier unten gefällt mir Knopf drücken und genauso noch hier diesen roten Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt, wie auch immer. Dankeschön, wir sind uns im nächsten Video, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.